Hi, ich bin Barbara und betreue die Sportart Rückenfit, Aktiv und Relax am HSZ. Rückenfit, Aktiv und Relax dient einerseits der Beibehaltung und andererseits dem Aufbau eines gesunden Rückens und im zweiten Teil dem Stressabbau durch verschiedene Entspannungstechniken. Es gibt keine Levelstrukturen, allerdings wird in der Stunde differenziert nach verschiedenen Schwierigkeitsgraden. Im Aktivteil geht es um Mobilisation, um Kräftigung und Dehnung. Wir werden die Übungen in verschiedenen Körperpositionen durchführen, also im Stehen, im Sitzen, im Vierfüßlerstand, in der Bauchlage, in der Rückenlage, in der Seitlage. Wir werden auch teilweise Kleingeräte zur Hilfe nehmen, Rubberbands, Therabänder, Stäbe, kleine Hanteln, Redondo-Bälle, Pepsi-Bälle. Der Relax-Teil wird etwa ein Viertel bis ein Drittel der Stunde ausmachen. Dort lernen wir Atemtechniken kennen, Selbstmassage, werden eine Fantasiereise durchführen, autogenes Training ausprobieren, die Muskelentspannung nach Jakobsson. Wir werden Akupressurpunkte kennenlernen und dann hoffe ich einfach auf ganz viel Entspannung im Relax-Teil. Es werden keine Voraussetzungen benötigt, allerdings ist es gut, bei starken Rückenbeschwerden das ärztliche Okay einzuholen. Eine bestimmte Ausrüstung wird auch nicht benötigt. Sämtliche Kleingeräte und auch Matten werden vom HSZ gestellt. Es wäre gut, sich bequeme, locker sitzende Kleidung anzuziehen, ein paar warme Socken an die Füße zu nehmen und eventuell für die Entspannungsphase ein wärmendes Oberteil einzupacken. Untertitelung des ZDF, 2020